Jahr 2016 Es wird Zeit Die Uhr tickt Der erste Stream Oh Shit Die Zeit läuft Die Uhr bleibt stehen Alles wird kontrolliert Ja das war sehr kitschig für den Anfang Aber was soll's Morgen am 2.1. wird's ab 1830 Am wundervollen Diamant Randomizer Naslok Stream geben Ich hoffe ihr seid dabei Ist nur ne kurze Ankündigung Ich weiß aber was soll's Ist scheißegal Ich hoffe es werden einige von euch dabei sein Bis dann Ja wir sehen uns Tschüss